ja leute herzlich willkommen zu pubg mit dem lieben laute in duo modus ja meine dritte runde jetzt über die ersten drei runden reden wir drei und hatte ich schon gespielt dass jetzt die runde über die ersten drei runden reden wir jetzt einfach mal nicht ja und dann mal schauen wie es jetzt hier läuft hallo und raus hallo und raus ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ich überhole dich ja sogar halb noch weiter also ich komme ja genau in dem gebäude und da hier so ein größeres und zwei kleine jana springen viele rechts von uns ja was ich halt als tipp noch vorhin so ein bisschen ich bin ja nicht doof ich mache mich ja schlau was spiele trifft manchmal dass viele dann halt noch dings machen war sie die tür halt auch noch zu machen wieder ja dann ist auch mal schön dass ich hier munitionen finde könnt ihr auch mal eine waffe finden aber noch keine waffe alter laute hast du immer auf die map geguckt ja ob ich hinter uns nicht zu schlimm bei dir das war ich nicht schließen die anderen hören dass ja du hörst ja welche richtung es kommt wo müssen wir jetzt sind ja luten noch mal das spiel fällt verkleinert sich aber in 20 sekunden ja das ist nicht zu schlimm wenn du das sagst ich bin kein neues neighbor das ist nicht zu schlimm ich bin dann ich bin dann zwei hellen kommit zwei ok ok ich kenne gefunden oder alle waren schon du bist auf eine durchsucht bis auf das gebäude was jetzt auf was sie zulaufen da war ich halt nicht hinter uns im großen kauf sind viele tonne kommen also zwei teams ok und die schossen haben sie auch hier gibt es keine scheiben auf dieser map ok hast du in holen oder was schon nein hier liegt denn es brauchst du sowas noch wird so ein halbgriff wird das auch automatisch gleich angebaut hat mich komplett getötet noch nicht wo es er kommt jetzt links wo ich bin bin ich nicht mich hier steht das geld bei mir was ich habe den doch voll im kopf geschossen nicht ok leute das war die erste runde bis zum nächsten